so wir machen weiter mit der nächsten mission und die heißen gehe nicht mitfrieden er ist entschlossen zu bleiben sagt er zum teufel mit ihm und alle sollen hängen die dem bastard in die vergessenheit voll ich weiß du willst mich nach hause das sehe ich anders mein freund jedoch kann ich es dir nicht verübeln bei einem überverletzten sollte ich das ein mann namens roberts ein sklavenschiff betreibt die prinzess jetzt siehst du es ja an die prinzess danke nun stehe ich da wie ein fass nasse fische das sind ein paar flaschen übrig so wollen wir mal kurz gucken das war denn hier ja ja ich bin scheiße okay so viel zum thema so viel zum thema gut dann müssen wir noch mal eben irgendwie verfolgen ja guckte wissen wir jetzt wo er ist ja 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 das ist natürlich heute höher der sich aus umdreht hallo männer ja leuten an das was gibt es neu das war das sicher dass wir keine dieser ratten im kletzau hat ich wünsche keine überraschung sicher die andere seite und bewacht den weg die die nicht die me das pf das kommt uns sehr gelegen zumindest nennt er sich so ein ganz verrückter und ist das reichlich lose und hat ein eigenes getränk super es war ein deserteur bei ihnen der mein gesicht kannte ich schlitzte ihm die kehle auf ich habe schon mal wieder sich diese ganzen dingen mission überhaupt nicht so wirklich es war ein deserteur bei ihnen der mein gesicht kannte ich schlitzte ihm die kehle auf das kommt uns sehr gelegen erzählen wir von das ist das für ein mann mein name ist das zumindest nennt er sich so ein ganz verrückter hund ist das reichlich lose planken details man hör auf mit dem gefahr sein zu tun er trinkt sehr viel zum beispiel und hat ein eigenes getränk aber mit einer halben ladung schwarzpulver ich habe das waren nicht mal eine millisekunde da wird mich jetzt schlachsen schickte die bestmeldung des abdickvisionen erinnert die haben sich genug mitgekriegt von dem dinge es war ein deserteur bei ihnen der mein gesicht kannte ich schlitzte ihm die kehle auf bevor er mich anschwärzen konnte hat euch jemand gesehen glaube nicht glaube nicht doch ich fürchte kenway hat verdacht geschehen mhm erzähl von diesem strand eine feine versammlung die meisten sind volltrunken das kommt uns sehr geliefert ja warum es war ein deserteur bei ihnen der mein gesicht kannte ich schlitte bevor er mich anschwärzen konnte hat euch jemand gesehen glaube nicht das war natürlich total clever da jetzt reinzuschießen ich wollte mein plan war eigentlich anders ich wollte eigentlich die die beserker dinger werden rein schießen wenn er nicht ewig drei tage nochmal nachladen müsste ich schlitzte ihm die kehle auf bevor er mich anschwärzen konnte hat euch jemand gesehen glaube nicht das ist doch milli mit milli arbeit team das ist doch nicht wahr sofort weil ich raus bin es kommt zurück die legate mission ist nicht vorbei es war ein deserteur bei ihm der mein gesicht kannte ich schlitzte ihm die kehle auf bevor er mich anschwärzen konnte hat euch jemand gesehen glaube nicht doch ich bin das kommt uns sehr geliefert kannst du eigentlich auch was richtig machen ich habe noch nicht mal was gemacht ich habe noch nicht mal ich sagte dem scheiß bursch hat das gereicht oder was ja und sagt ja das reicht jetzt jetzt es war ein deserteur bei ihm der mein gesicht kannte ich schlitzte ihm die kehle auf bevor er mich anschwärzen konnte hat euch jemand gesehen glaube nicht doch ich fürchte ich fürchte schlitzte glaube nicht ich fürchte ich fürchte hat verdacht geschäft jetzt eine die das kommt und sehr gelegen. Erzähl mir von Edward Tee. Was ist das für ein Mann? Sein Name ist Thatch, Sir. Zumindest mit dem Sohn. Ein ganz verrückter Hund ist das. Weitlich nur so lange, Sir. Details, Mann. Hör auf mit den Gefrasen. Nun, Sir, er zählt hier zum Beispiel. Und man hat eigenes Getränk. Ein ganz normaler Rumpflip, aber mit einer halben Ladung Schwarzpulver zum Abrunden. Hab ich richtig gehört? Er trinkt Schwarzpulver? Ei, Sir. Nur zur Schau. Und erst letzte Woche rief er ein paar seiner besten Männer zusammen und schickte unten in den Traum seines Schiffes, wo er Schwefel und andere stinkende Dinge verbrannte. Wir saßen da im Qualm, als wäre es der Höllenfuhl selbst. Das kann ich euch versichern. Guter Gott. Warum denn das? Er wollte uns auf die Probe stellen, unsere Taublichkeit testen. Natürlich hat er es wie immer am längsten ausgehalten. Ich dachte schon, ich müsste da sterben. So, darf ich... Das wird ihr Ende sein. Na los, es ist Zeit. Schnell, gib das Signal. So. An diesem Tag. So. Was zum Teufel? Ähm. Die Checkdauer erreichen. Wenn du jetzt einmal hochklettern würdest, mein Freund. Ah ja. Ja. Feuer! Bist'n da, Captain. Da sind die am empfindlichen Feuer. Wir wurden in Branden versteckt! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain. Feuer! Feuer! daneben sie präsentieren sich uns der winkel schlägt noch nicht aber ich hatte manche ein ding abbekommen in der weile weiter ein paar treffer hier und sie treten auf dein zeichen feuer geschafft oder was? jawohl aber auch so gerade so, holen wir uns mal ran so, dann holen wir uns auf uns, ne? so, dann holen wir uns, ne? Ich bin gehaust! Erledigt die Arme, Jungs! Keine Gnade! Ich walte euch allen ZWEI! Mann! Wir dürfen jetzt etwas vertreuern! Heute werde ich nicht sterben, Bastarde! Kommt so! Kannst du frei kämpfen, Freund? Schön und klar! Haben wir so oder was? Blackbird! In einer Welt ohne Gold wären wir Helden gewesen! Oh! Hol mich der Teufel! Wo ist die Jektor? Ah! Geht doch toll! Wir machen hier raus! Das ist der Nummer! Wir müssen hier raus! Das ist der Nummer! Wir haben Fetch verloren! Und jetzt müssen wir uns erstmal unseren eigenen Arsch retten! Was ist denn hier? Sir, es ist mit Fetch! Ist der Tod? Captain! Er trinkt, verdammt! Und damit haben wir die Mission. Ben, gehe nicht in Frieden. Wache töten, zwei von vier. Gut, okay. Ey, wurscht. Ich weiß, dass diese Option anzielen, ey, wurscht. Sie haben einen guten Freund leider verloren. So, dann haben wir das auch. Jetzt gucke ich gerade mal, was die Karte so raushaut. An Informationen, was die nächste Hauptmission wäre. Die ist hier draußen. Die wäre da draußen. Dann reisen wir ganz kurz mal hier nach Castillo de Iagua. Oder Jaguar? Jaguar. Wie geht's dir, Edwin? Scheiße, war? So, gucken wir mal. Das Verkehr hat uns ein bisschen selber. Ja, klar. Schiff, das ist mal wieder reparieren, klar. Gut, dann haben wir das Schiff repariert. Für uns gibt es jetzt also keine Materialien, kein Zeugs. Oder was? Willst du in Frieden leben, mein Freund? Immer doch. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. In der nächsten Folge machen wir weiter und dann geht's weiter mit der nächsten Hauptposition. Bis dann. Ich bin gespannt. Das ist jetzt schon mal so ange которых. Bis dann. Ciao. Bis dann. Vielen Dank.